Alter, war es gerade knapp mit dem Goldrelikt. Nein, ich hole kein Platin. Kommt gar nicht bloß... Bloß nicht auf den Gedanke. Ich will auch kein einziges haben. Wenn ich eins kriege, ist das schön. Aber ich werde mir da keine Mühe geben, hier irgendwo eins zu bekommen. Boah, wenn ich es dafür eine Trophäe geben würde, würde ich es natürlich machen. Ist ja klar. Trophäe! So. Wobei, hier könnte aber auch einer sein, ne? Irgendwo? Ja, da siehst du. Mein Buchstabe. Oh, da verzichte ich sogar auf die Wumpa-Früchte. Da seht ihr mir, wie ernst ich das mit der Challenge meine. Ja, ich muss tatsächlich runterspringen. Ätzend. So. Wurde ich mich fallen lassen. Da habe ich gesehen, wie nah der dran ist. Und ich hätte noch nicht gesprungen, wenn ich hätte ich den schön lecker übersprungen. Achso, und hier ist schon das R? Ja, mega. Gut. Ich bin ziemlich weit hinten, das ist gut. Das heißt, ich kriege keine Leitungs. Wenn ich mal Wop-Leitungs bekommen würde. Pio, 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 pio. Bitteschön. 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 Kein Entringen. Das habe ich getan. Oh no! Alter, geh bloß weg. Ohne Scheiß. Wie mir die mal mit ihren kackten Dinger auf dem Kopf, ne? So. Für dich nochmal. Kleines Geschenk. Schick des Hauses. Wow. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wurde wir aufgucken? Ja, hervorragend. Wurst du doch. Irgendwo war da noch was. Ich habe hier aber auch keinen großen Vorsprung, ne? Wollen wir sie echt mal reintun? Bitteschön. Das Ding unterhängt mir schon wieder am Arsch. Nein! Ich war mir jetzt nicht sicher. Wie soll ich jetzt die Büffel? Ich glaube, ich habe noch irgendjemand. Ja, komm, hol mich ruhig ein Kollege. Das ist kein Thema. Ich muss eh durchführen bei der engen Scheiße hier. Ja, der, ich glaube, der kriegt die, die Strecke da auch irgendwie, der kommt ja besser hoch als ich. Ja, und das mache ich als erster in der Maske. Das ist so, das ist so assi. Ah, okay. Ist halt so. So, und noch ein blaues CTR-Chipchen. Oder Token. So, erste Strecke wäre schon mal abgekackt aus diesem Bereich. Ich würde jetzt, ja, doch eine Stunde 15 haben wir jetzt. Ah, ich würde schon mal eigentlich die nächste gerne angehen. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür ich mich entscheiden soll. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach, äh, da wo ich rauskomme, was am nächsten dran ist. Das wird wahrscheinlich Blizzard Bluff sein. Oh nein! Hahaha, mit der Abkürzung und allem drum und dran. Ei, 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 ei. Das kann lustig werden. Schalalalala. Ja, ich bin mal gespannt. Warte, was war's mal ab? Komm, weg, 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 weg. Weg, 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 bitte. Danke. Machen wir immer so viel Lärm, der Tiny, ne? Temporinge, Team Cortex. Erschaltet die Sachen dann nur für das jeweilige Team frei? Oder wie ist das? Bin ein bisschen irritiert. Ach so. Ja, komm, wir fahren jetzt zurück zum Anfang. Ich habe jetzt gerade die vierte Strecke gesucht, aber die ist abgehakt. Deswegen habe ich die jetzt nicht mehr blinken gesehen. So, bitteschön. Es ist eigentlich immer so sortiert, dass, ähm... Nein! Das war so dumm. Nein, ob es immer so sortiert ist, dass man, ähm... Rot immer die erste Strecke hat, dann kommt Blau, dann kommt Grün und Gelb oder irgendwie sowas. Ich weiß das gar nicht. Oh, ob das immer Zufall ist, welche Farbe jetzt wo kommt. Wobei, wir haben am Ende die Cups, ne? Ich schätze mal, alle roten CTR-Token sind ein Cup, alle blauen sind der nächste und so. So wird das wahrscheinlich sein, ja? Sherlock Dennis. Tut mir leid, dass ich mich jetzt falsch, falsch hier ausgewählt habe. Ach, wisst ihr, was? Komm, wir versuchen das mal eben. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich Buchstaben sind. Ich glaube, der erste wird wahrscheinlich schon direkt hier sein. Nein! Oder auch nicht. Da ist er! Hallo! Puh! Ach so, wenn wir... Okay. Das ist ja höchst interessant. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege die Abkürzung zum Verreck nicht hin. Ist halt so, ne? Was soll ich machen? Ich komme gerade nur ein bisschen an... Ah, guck mal hier. Der ist ja super versteckt gewesen. Das ist auch nichts. Maske ist schon mal sehr gut sogar. Oh, das ist auch ein Eis, der letzte Buchstabe. Jawohl. Okay. Gut. Dann können wir jetzt auch mal anfangen zu fahren, ne? Pio, 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 pio. I need Wumperfut. Ich glaube, aber letzte Runde... Ne, machen wir nicht. Ich kriege keine. Hier können wir mich doch mal alle am Hobel blasen. Echt jetzt. Scheißegal hier. Guck mal, ich kriege direkt noch eine. Ha! Mpio. Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Kann mir direkt sein. Hallo! Da haben wir nach vorne gemogelt. Ha! Guckst du, blöd, du dober Bär, ne? Dim, dim, dim. Ich bin so, ich finde das so ungewohnt, wenn man nicht 10 Früchte hat, ne? Und, äh, dann die Maske hat. Normalerweise habe ich, ich versuche immer meine 10 umzuhalten. Weil ich finde das echt einen riesen Unterschied. Ist zwar online immer ein bisschen schwierig. Und dann, weil man die ganze Zeit auf der Fresse kriegt. Aber ist dann halt so. Bitteschön. So. Du, 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 du. Wäre das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Gut, dann, heute als letzte Amthandlung dann. Schön. Erstmal das Relikt holen. Ist ja nur Gold. Och, der Bär freut sich trotzdem. Ist aber schön. Ist ja wenigstens noch Zweiter geworden. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen Mitleid. Komm, Junge, mach fertig. Es dauert immer so lange. Boah. Ich glaube, der lebt dann wenigstens schon mal alles. Aber ich hätte das so gemacht. Ich hätte die Siegerehrung gemacht und hätte während der Siegerehrung dann das nächste geladen. Aber ich glaube, das macht er auch. Deswegen kann ich jetzt noch nicht wegdrücken. Sondern ich kann erst dann wegdrücken, wenn der fertig geladen hat. Und da ist Cortex. Weil sehr, sehr eingefroren. Ich finde, aber schön, wie das thematisch jetzt schon im Level gepasst hat. Flicken! Schön wieder Team Cortex. Ich bin auch Team Cortex bestimmt, ne? Deswegen schalte ich wahrscheinlich die ganze Sache jetzt für Team Cortex momentan frei. Wobei, ich habe ja in der letzten Welt relativ viel für Team Trance freigeschaltet. Transe. Schön, wie lange hier beibefahren? So, auf geht's. Hey, hey, hey. Oh, Mann. Meine Strecke ist in Ordnung, aber... Ah, ich habe da so Schiss vor den Abkürzungen. Und das Spiel von mir verlangt, dass ich die nehmen muss? Ich meine, die Kissen, die da auf dem Weg liegen, die könnte ich alle kriegen vielleicht sogar. Na ja. Warten wir mal ab. Bin immer gespannt, ob ich neugierig bin. Ich habe schon mal viel zu über die Kissen gesehen. 40! 40! So. Zack, zack, zack! Tada! Ah, ich bin rübergesprungen! Gut, das kann ich schon mal vergessen. Aber die Strecke, also ich glaube, dass man jetzt hier so scheiße fahren kann, dass ich jetzt, äh, gar nichts holen soll, darf, muss. Mustafa! Ah! Ah! Ich gehe kaputt. Abkürzungen lohnt sich aber auf jeden Fall schon mal fürs Goldrelikt. Weil da steckt eine Zeit drin. Alter! Passt ja auch gerade für alles, ne? Kann das sein? Jetzt ist doch nur die Frage noch, wie streng ist das Level zu mir, was die Zeit betrifft. Okay, am Ende ist es aber auch ziemlich scheiße, alles zu kriegen. Das kann man so festgestellt. So. Die drei gehören mir. Die werde ich auch gerne haben. Dankeschön. Extra innen dran vorbeigefahren. Komm, wir versuchen uns scheiß drauf. Ja. Komplett ohne Boost! Das war so klar. Wie auch? Wie hätte das funktionieren sollen? Ja, aber immerhin habe ich die gekriegt. Ich muss schon fast überlegen, ob ich da mal kurz reinlunzen soll. Aber auch die Zeit nochmal zu klauen. Ja, immerhin habe ich eine von den beiden noch gekriegt. Ich wollte es richtig schön machen. Hat der hervorragend funktioniert, wie ich es hier gesehen habe. Ah, schön dran zwischendurch, ne? Dran zwischendurch. Hä? Da bin ich nicht drüber gesprungen, sehr nice. Da bin ich auch nicht drüber gesprungen, sehr nice. Jetzt halte ich das jetzt gar nicht so ganz beschissen aus. Aber, wer weiß, ne? Ein bisschen Streck haben wir auch noch vor uns. Jetzt haben wir immer nur eine Sekunde. Das ist scheiße. Ja, drei Sekunden bringen jetzt natürlich auch nicht viel. Ja, ist auch viel. Schade. Mal gucken, was wir haben dürfen. Ja, jetzt muss ich nochmal zweimal Ladepausen sehen. Warum bekomme ich für eine Relikt eine Siegerehrung? Ich will die Siegerehrung gar nicht haben. Ich habe es doch gar nicht verdient. Mensch. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, aber ich meine, da ist auf jeden Fall was drin, ne? Die ganze Abkürzung, aber die... Oh, es hat gerade gekriegt. Ich muss aber kurz zur Tür gehen. So, ich wollte euch eigentlich jetzt erstmal ein bisschen schonen und direkt wieder im... äh, ähm, Rennen einmal begrüßen. Aber wir haben einen neuen Sticker freigestellt, nämlich Nash. Auch von Quashnato Kart. Der erste Boss, zweite Boss. Ich weiß das nicht mehr. Und die Map lüge, ich bin noch gar nicht fertig mit der einen Strecke. Uncool. War auch gerade nur die Post. Nur die Briefpost. Kommt sonst nicht rein. So, scheiße. Oh, ja okay, wer ist 1,8? Das ist es halt 1,8, ne? Aber dann weiß ich auf jeden Fall, ich war sehr nah dran. Und dann, also so eine halbe Sekunde kann man auf jeden Fall immer irgendwie gut machen. Vor allem ich. Also Perfektion ist ja jetzt nicht so mein Steckenpferd, ne? Aber der hat schon nicht runtergefallen sein, ne? Das wäre es ja schon gewesen. Hat auf jeden Fall länger als zwei Sekunden gebraucht, aber wie lange ich der auch... wie viel ich auch immer dafür gekriegt habe. Wäre aber so interessant, dass das Levelladen offensichtlich nicht so lange dauert, wie das Zurückladen der Map. 1,8 tatsächlich, okay. Okay. Wow! Und zack. Danke. Danke. Wenn wir erstmal gerne die drei Sekunden hier haben. Scheiße. Ich habe jetzt nicht gekriegt, aber ich habe nochmal zwei weitere Chancen. Ich versuche jetzt auch nicht, die zehn Sekunden gut zu machen. Weil, äh... Das macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Also vornehm ich jetzt wegen der Abkürzung. Weil die kriege ich nicht hin. Aber die habe ich doch schon damals nicht gekonnt. Ich weiß nicht, was ich da immer falsch mache, aber ehemals mache ich da auf jeden Fall falsch. So, dritte Runde dann die Innenkurve nehmen. Dankeschön. Und, äh, nochmals. Puh, 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 puh. Ah, Schade, habe ich nicht gekriegt. Habe ich auch schön drüber gesprungen. Auch nicht verkehrt. Scheiße! Wo, da habe ich immer noch eine Runde für Zeit. Oh, ja, sieht gleich gar nicht mal so scheiße aus. Auch wieder hier nur eine Sekunde gekriegt. Hätte ich da nämlich gerade beide bekommen, hätte ich schon geschafft gehabt. Und, äh, nochmals machen wir es alles. Nein! Scheiße! Ich wollte schon gerne die drei Sekunden da haben. Bäh, bäh, bäh. Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht. Bin ich langsamer als gerade. Scheiße! Das ist mir gerade auf jeden Fall nicht passiert. Dafür bin ich nicht runtergefallen. Ich habe das Gefühl, als würde ich irgendwie mehr Kisten eingesammelt haben. Scheiße! Ah, das könnte auf jeden Fall eine richtig knappe Geschichte. Warum kriege ich denn keine Kisten mehr, Alter? Ich war mir in meinem Kopf doch in der Kiste drin, du Arschgesicht. Arschgesicht direkt so kann ich vergessen. Fuck. Fuck! Mann! Ja, ob die vier Sekunden mich da jetzt gerettet haben, weiß ich auch nicht. Aber was habe ich denn da gerade so viel anders gemacht? Bin ich so viel, so geile gefahren letztes Mal, oder was? Ja, mir hat nur nur 0,6 Sekunden gefehlt. Es haben ja viel mehr gefehlt. K-P-K-H-P-K-H-P-K. Jetzt habe ich extra nicht gesprungen. Rass das vollkommen aus. Oh, die kriege ich jetzt. Ja! Danke. Himmel, Arsch. Ich mache mich jetzt auch gerade ein bisschen fertig, ne? Dass ich jetzt so schlecht war, offensichtlich. Oh cool, ich war in der Luft. Das war ganz geil. Jo, dankeschön. Machen wir jetzt mal hier direkt die Runde hier. Dann können wir uns eine Sekunde dahin nämlich auch sparen. Da sind wir auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen schneller mit unterwegs. Oh mein Gott. Wenn ich dann eh wie gesagt den 10 Sekunden-Botus nicht hole, dann kann ich auf die eine Sekunde dann auch scheißen eben. So, den nach oben haben wir gekriegt. Jetzt müssen wir mal links fahren, glaube ich, in der Höhle wieder. Ja genau, wegen diesen zwei Sekunden. Nein, fuck you. Fucking. Fucking was? Fucking alles. Das sind nämlich vier Sekunden gewesen, das ist nochmal ein bisschen wertiger gewesen. Vertikutierer. Ich glaube, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Scheiße. Dann bremse ich den ab, ich voll post. Okay, das war schon mal ganz nice. Nein! Fuck. Das war uncool. Nein! Oh Mann! Ah, so eine Scheiße. Echt, ey. Na, das wird jetzt eine Punktlandung, von daher, wenn ich Glück habe, wenn ich die zwei Sekunden noch gekriegt hätte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Hä? 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 Pfff. So. Scheiße, egal wie knapp das ist. Hauptsache, da ist es was Goldenes. Und das ist das, was zählt. So, jetzt brauche ich Urlaub. Da wollen wir gleich erstmal wieder ein Sauerstoffzelt anschließen. Da war heute aber alles sehr knapp mit dem Gold. Kann das sein? Immer nicht mal die Sekunde drunter. Ist ja auch völlig egal. Hauptsache, es ist geschafft. Und das ist das, was zählt. Das ist das Einzige, was zählt. Hintergrund sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, ne? Auch da, Hauptsache, es klappt, ne? Aber da wird mir, glaube ich, ein bisschen mehr abverlangt. Heidewitzker. Ja, ist gut. Ja, Kompatti ist vorbei. Kriege ich noch einen Sticker? Ne, schade. Gut, okay. Okay, wir machen dann nächstes Mal weiter mit der kleinen Arena, vermutlich. Was natürlich wieder morgen der Fall sein wird, weil ich bin ja momentan noch im Urlaub, ne? Zwei Tage Urlaub habe ich und dann nochmal ein Wochenende. Wobei, einen Tag Urlaub und dann nochmal ein Wochenende. Das ist, glaube ich, richtiger. Ja, und, ähm, gucken wir uns den nochmal von vorne an. Haben wir nochmal ein bisschen Licht für ihn, für sein Gesicht? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, der hat einfach ein schattiges Gesicht und mega Augenbrauen. Und der möchte mich auf jeden Fall für prügeln, so wie es aussieht. Ne, ähm. Wie gesagt, ich werde da jetzt auf jeden Fall nochmal die nächsten Tage auch mal ordentlich aufnehmen. Vielleicht schaffe ich das Spiel sogar noch im Urlaub. Keine Ahnung, ne? Da habe ich nämlich genug Zeit aufscreen. Speed Limit, 155. Nice. Ja, ich habe auch mehr als genug Zeit, äh, mich dann noch um die Zeit zu kümmern und alles. Ne, ich habe jetzt eh einen super Puffer jetzt im Urlaub aufgebaut, was Videos angeht. Bestimmt jetzt so aktuell. Ja, ich hätte mal zweieinhalb, drei Wochen habe ich. 59% haben wir. Mega. Aber das ist, äh, 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 äh. Ich stelle mich auch einfach mal weg. Ja, aber das ist doch schon mal ordentlich. Also Mafia geht noch ein paar Tage und dann, bis ihr das hier seht, da habe ich das wahrscheinlich schon, da bin ich wahrscheinlich schon mit dem nächsten Projekt durch. Ne, wenn ich gut oben habe, dann werde ich auch nicht mehr so viel aufnehmen. Aber ich möchte die Zeit jetzt auch benutzen. Und weil das Spiel macht auch so Spaß. Das ist echt, ist halt wie früher. Das ist halt richtig motiviert. Auch wenn ich am Anfang gerantet habe und auch immer noch rante, wenn irgendwas nicht klappt. Weil, wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht schuld. Das ist immer das Spiel, ne, ist ja klar. Äh, aber es macht, es macht wirklich Spaß. Das haben sie wirklich, haben wir wirklich gut gemacht. Wie die anderen Remakes auch bisher. Ne, ob es in Squash ist in Spyro. Bei der Aufnahme. Haben wir auch mal wieder ein bisschen verkackt, ne. Aber im Endeffekt das Ergebnis, mit dem ich jetzt erstmal grundsätzlich zufrieden. Und ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Und ja, was ich bis dahin auch alles getan hatte. Ob ich neue Charaktere freigeschaltet habe oder nicht. Ne. Ähm, ja, werde ich euch natürlich beim nächsten Mal dann auch entsprechend mitteilen. Gut, also, ne. Haut rein, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüss, tschüss.